Du bist der Oberhomo! Ich bin der Oberhomo, Alter! Ja, kommst du an! Kommst du an! Ja, stell dich vor mich! What the fuck, Alter! Ja, ich hab den Kill gemacht! Weee! Mein Gott! Mein Löffel! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ah! 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 Ach hier, Fakio! So, B-Land! Ganz im Ernst! So, B-Land! Wie gut ist Jay gerade eigentlich geworden? Ich bin 1. August! Ohne Scheiß! Ihr wart so nah an mir dran! Ich dachte schon, B-T-F! So, B-Land! Komm schon, Dennis Halbig! Du schaffst das jetzt! Du bist der absolute Oberhomo! Was fickt euch einfach in den Arsch! Ihr scheiß Bullen, ey! Oh Mann, Alter! Weißt du, da mach ich mir die ganze fucking Arbeit hier! Und dann kommen die alle alle geschissen, ey! MAAA! Buchschmeißen, Junge! Oben! Oh mein Gott! Trixen! Hadi! Alter! Ich... Schick deine Oma ein! Willst du mich verarschen? Das war aber nicht... Hadi! Willst du mich verarschen? Nein, will ich nicht! Oben! Alter! Hadi! Wenn du jetzt noch ein einziges Mal das so eine Scheiße machst, ja, dann kannst du ab jetzt alleine spüren! Okay, Leute! 3, 2... Oh Gott! Alter! Da ist das trockene Stückchen Bus grad auf meine Tastatur geflogen! Aus meinem Rappenraum! Und da bin ich halt nur uns herzlichen Glückwunsch! Es ist... es ist... es ist... es ist... es ist... es ist... es ist in der Lücke zwischen D und F und R und C gelandet! Moment! Boah! Ah! Da ist es gelandet! Okay! Genau da drin ist es gelandet! Boah! Jetzt geht's wieder halbisch kurz! Da hab ich Panik gehabt, dass ich sterbe! Das wäre ganz schön Scheiße gewesen! Boah! Also liebe Zuschauer! Trockene Fleischpeitschen können gefährlich sein! Boah! Warte hier auf den Mann! Ja! Ah! Hadi hat gerade Piet getötet! Oh Scheiße! Okay! Okay! Warte! Warte! Aua! Aua! Wer ist es denn noch? Hadi? Du darfst nicht! Du darfst nicht! Oh Scheiße! Ich kann dich wieder schlägen! Du bist so ein Spaß! Also Bram war auch Traitor! Wer ist es denn jetzt? Jay, Peter oder Hadi? Scheiße! Ich hab nichts mitbekommen! Hadi hat wahrscheinlich einen Innocent einfach weggeknallt oder? Du darfst nicht mehr schlägen! Du darfst nicht mehr schlägen! Psst! Das ist das... Das war's für heute.